Ich weiß, dass es schwer für dich ist. Du hast deinen Bruder verloren. Hast du den Kerl getötet, der das getan hat? Es ist komplizierter, als du denkst, Mutter. Da hat er noch ein anderer Mann mit Billys Tod zu tun. Wer? Irgend so im Kopf. Wäre es umgekehrt gewesen, hätte dein Bruder den Killer gekriegt, er hätte mir seinen Kopf serviert auf einem silbernen Teller! Zeit, den Teufel zu treffen. Die Damen schließen die Augen. Und bevor ich es sage, öffnet ihr sie auch nicht. Willst du kämpfen? Die Damen schießen sie auch nicht. Die Ere Footage Die Ere Footage